ja willkommen zu einem neuen part von red dead redemption mit mir gelato 86 was wir im letzten part gemacht haben ist dass wir noch speichern gegangen sind und dann habe ich auch erstmal geschnitten so und hier sind wir beim nächsten part ich habe jetzt noch mal die die musik angepasst ich glaube jetzt ist es wirklich optimal okay wir laufen jetzt zum ja wohin laufen eine gute frage was können wir denn als nächstes machen ich überlege wir können zu seff das ist der stinker zu irish zu bonnie oder zu niggle west diggins ich glaube wir gehen erstmal zum zu der guten bonnie oder wir gehen zum zum irish der ist am nächsten und er gibt uns die nächste mission der kloner wird das fährt hier letzte go los mein treues fährtchen ja was gibt es neues es ist nach wie vor toll einfach hier einfach hier in der umgebung zu leiten das macht mich einfach nur noch viel mehr wilder tatsächlich dann red dead 2 zu spielen und es da ist aber das dauert noch das dauert noch geschätzt ein jahr egal wie geht man nicht auf wenn es dann da ist aber ich freue mich das ist natürlich übelst auf das spiel ja easy genau ich hoffe das wird auch easy sein na komm schon hier sind sogar vögel man kriegt herausforderungen wenn man vögel abschießt und wenn man andere sachen tut man schaltet dann sachen frei das kann man irgendwie hier beim outfits nachlesen zum beispiel wenn ich diese sachen getan habe dann schalte ich outfits frei und so weiter und so fort ich habe bis jetzt glaube ich nur nichts gemacht beziehungsweise ich habe nichts freigeschaltet weil wir auch gerade im neuen spiel sind wobei wir schon ich glaube wir gehen auf die statistik wir sind hier schon bei sieben tage drei stunden und 14 minuten spielzeit das ist doch schon mal was ne so da ist unser hauschen so hier müssen wir hin nicht so schnell come on jetzt sah es so aus ob ich jetzt mit meinem pferd gekommen werde aber nein das ist mir hinterher gerettet ein franzose ein waliser und ein irre und wir sind beim irren angekommen oh schief oh yes boyle you missed it properly this time didn't you you little paddy bastard you thieving mccunt you got it all wrong welch all wrong eh it was french i promise he said he was going to rip you off now he's ripping me off here keep on talking there iris in about 15 more seconds your whole world's gonna turn black what's up boys fuck off boyle this don't concerns you when a man with a sing song voice tells me to fuck off it always concerns me boy oh look here this paddy bastard stole our guns try to steal our horses lost clear on the matter i never stole nothing sir never did not in army life that french cunt is playing with the welschman's tiny and effective mind push your mind anyway you all got horses now no one needs to die leave them be who do you think you are boy oh the bloody cavalry voice is really starting to get on my nerves boy oh and you're getting on my nerves yeah i ain't gonna tell you twice so jetzt müssen wir die schwein erledigen der ist schon so gut wie tot und er auch und er auch einfach, ob wir es können Mr. Nigel West Dickens sagte, dass du mir eine Maschine-Gunsch und seitdem ich dein Leben geholfen habe ich kann dir nicht genug bedanken, dass wir diese zwei Degenerate unvergleichbar poor in persönlichen Hygiene unvergleichbar 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 und was über die Schwein? es wird mein Freude es wird mein Freude es wird ein großartiges es wird ein großartiges Regierungsproblem es wird ein bisschen ein Fahrzeug aber wir werden da schnell genug folgern mich folgern mich interessant, was möchte er von uns? wir haben noch die Winchester das ist eine tolle Waffe was ist dein Name, Freund? John John Marston die Geistesau aus ganz Rap-Dead wer waren diese feine Spezmanns der Menschheit? sie waren meine einzige Freunde in der Welt und Gott, bin ich glücklich, dass sie sie sterben wir alle auf dem Boot ein paar Jahre später haben wir die Hickelsteine und das war dort das Problem ist es normal für Freunde in Europa sich zu zerstören? wir rücken unseren eigenen Weg wir rücken unseren eigenen Weg ha ha komm komm du bist nicht zu schrecklich über deine Freunde getötet nicht weit nicht weit die Tiefmanns sind in der Kabinie bei der Legge ich kann nicht erwarten zu sehen wenn wir in da sie werden mehr Überraschung als ein Schmerz mit ihrem ersten Porcupine du würdest nicht lief zu mir hör mal ich habe keine Hilfe da ich dir nichts ich entscheide was du machst und nicht ich habe genug von deinem aggressiven Manners du wirst nicht mit dir irisch ich habe genug Menschen wie du für mich ein Leben ich habe ein Schmerz ein Schmerz ein Schmerz ein Schmerz ein Schmerz ein Schmerz Sie können schnell arbeiten bei diesen Schmerz wenn sie dir die Schmerz die Schmerz in diesem Schmerz was ist mit dir zu helfen ich werde dich von der Rage ich bin besser von der Rage es wird ein Stück Kacke vertraue mich suchen in der Hütte nach den Maschinengewehr na dann wir gehen jetzt da rein und töten aber alles wir haben nämlich von keinem Schiss wir machen das mal raus wir machen wo ist der wer wo ist der wer in den Hals was der für eine Bose hier hat haha ne gut die Schweine haben erledigt die Banditen Tricksäure selbstverständlich looten wir natürlich alles ich meins was gibt es hier noch zu looten den hier und die beiden genau beziehungsweise den hier oh fack oh fack hätte ich jetzt nicht reagiert da wäre ich tot weil das einfach Nahkampf war aber zum Glück dank dem ID ID Dead Eye habe ich überlebt so was gibt es hier schönes der Arsch hat mich verraten beziehungsweise kann ja auch sein dass er die Wahrheit gesagt hat aber es hier einfach kein Maschinengewehr gibt man weiß es nicht das wird nur noch herausfinden ob er uns verarscht hat oder auch nicht uns quasi ans Messer geliefert hat für die Banditen an die Bandinte an die Banditen so rum ja mein deutsches Allo ich brauche mein Pferd oh das sieht so schön aus es sieht wirklich gut aus so mein Pferd ist irgendwo dahinten komm Pferd komm wir müssen mein Pferd verarschen das ist unten warum ist das unten ne also wir laufen jetzt hier lang und hoffen dass das Pferd irgendwie hinter uns spawnt ja schönes Kraut gibt es hier auch das ist allerdings hier nicht zum rauchen sondern man kann andere Sachen damit machen können wir können auch natürlich oh mein Gott ich würde sagen diese Kutsche ausrauben aber wir sind das einfach heimische Gangster das ist so eine kleine Medmission ne und der reitet weg ne das ist das Pferd was wegreitet verdammt eigentlich hätten wir das Pferd nutzen können um wieder zurück in die Stadt zu kommen naja gut da ist uns was anderes dazwischen gekommen diese Räuber hier ist ja auch mal nicht schlecht wir können die Kutsche damit jetzt hoffentlich mitnehmen oh ja das hatte ich gemeint man kann auch Pferde aus Weiden gibt es Pferdehaut das ist ein bisschen ekelhaft aber das hat man leider damals im wilden Westen oh geheuchtet gemacht Pferdefleisch ich meine natürlich wenn man Pferde total mag dann ist das eine absurde Crown Szene was ihr jetzt gerade seht aber ja das war damals halt der wilde Westen da musst du mal gucken wo man bleibt ok da sind Pferde ich hoffe die leben noch beziehungsweise können wir die Kutsche bedienen als Begleitfahrer oder als Fahrer so gut ja nice dann haben wir wenigstens hier dieses Gefährt ok der ist tot den können wir jetzt überlufen aber ja egal den lassen wir jetzt mal da liegen ein ein weniger ist nicht schlimm da ist ein Reh man die Kutsche ist aber scheiße andere Kutschen fahren sich anders oder? ne 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 ich glaube ich irre mich da die Kutsche fährt genauso es ist halt mehr realistischer wenn man die Kutsche fährt als als wie man ein Pferd zu rettet beziehungsweise ein Pferd reitet wenn man hier gleichzeitig zwei Pferde hat plus Kutsche das ist ein etwas anderes Fahrgefühl aber so ist das wir wollen jetzt zu dem stinker Irish ne safe rettet die Schatzsucher ne ne haben wir jetzt keine Zeit für ne scheiß auf die Schatzsucher wir wollen zu stinkers self ist er selbst schuld dass ich ihn so nenne weil er hätte gesagt hat dass er sich 6 Monate nicht gewaschen hat ich hoffe wir sind gleich da ja doch wir müssten gleich da sein los meine Pferde meine geklauten Pferde und geklaute Kutsche los fahrt uns dahin wo wir hin müssen oder ein Fragezeichen und hier sind wir beim Kort Gperl eine gemütliche Fahrt mit Freunden eine gemütliche Fahrt mit Freunden ja 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 Der Typ ist so krank. Der Typ ist so krank. Setz, was du mit diesen Körper? Ich werde sie zurück in einen schönen Ort und schauzen den Map. Ich brauche den Map, Partner. Ich brauche ihn. Komm schon! Lortieren mit dem Piloten! Die Körper sind nicht genau das beste Ideen. Ich kann nicht warten für meine Hand auf diesen. Ich finde, dass die Kutsche da draußen sind. Ich habe eine Gefühl, dass die Kutsche da draußen sind. Es ist eine kleine Kutsche. Wir wollen nicht durch die Stadt mit diesem Boden. Woher bist du? Komm schon, nicht schocken. Was hast du gesagt? Ich habe nichts gesagt. Hörst du mit ihnen zu sprechen? Also was, wenn ich bin? Ich fühle weniger lang mit ihnen, als in einer Flamme von Menschen. Wie ich sehe, dass sie ihre Säulen verloren haben. Wie ich bin. Du bist wirklich ein kranker, Setz. Du meistst, warum ich liebe Menschen. Für ein Mann, der so viel zu töten, du sicher hast du Probleme mit den Todes. Ich habe alle zu töten. 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 Okay, Seth. Du sprichst mit den Körpern und ich werde den Wagen fahren. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ist das das schnellste, was du kannst gehen? Wir müssen schneller gehen, Parker! Oh, die Schweine wollen nicht so. Sie können mich nicht überfallen. Ich bin irgendwie überfallen. Ich denke, das ist ein Glück. Sind Sie etwas mitten in deinem Scham? Oh, ihr fröhliche kleine Mann! Wo ist mein Mama? Komm schon, schuhe Sie! Und Dreck! Oh, 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 oh! Eine Bikkelen Oi! Danke für dich, meine Freundin! Oh, man, es gibt keine Zeit für eine Erkrankung, Freundin! Nein, es sind noch mehr Gangster. So, dann fängeln. Wer möchte noch? Oh mein Gott, haben wir knapp überlebt. So, mal gucken, wir können auch den Revolver nehmen. Aber immer nur noch eine Sorte Revolver. Ich glaube später gibt man, weiß ich nicht, viele Revolvers, unterschiedliche, die alle jetzt anders sind. Und doch, die alle das gleiche, sie töten. Weitere Schweine. Oder Molotow-Gerbzüge. Ja! Hier ist es! Ich habe die Mathe, Herr! Ich habe es! Ich habe es! Ich habe es! Ich habe es! Die Arbenpferde müssen berghoch mit so einem starken Sarg fahren. Aber das schaffen sie schon. Hey, weiter geht's! Wir sind fast da! Da-da-da-dam-dam-dam-dam. Mein Gott, was da heute probiert. Ich weiß schon, wenn ich heute überrückte. Okay, hier müssen wir hoch. Alles klar. Bitte schön. Ich denke, ich werde hier ein bisschen sitzen, versuchen, es zu herausfinden. Ich werde rück. Wenn du fertig bist, gehst du nach Fort Mercer. Ich brauche dich in diesem Ort. Ich habe einen Schaden gefunden, Herr. Ja, du musst du einen schönen Ort machen. Ist ja schön.